moin moin und herzlich kommen zurück die elder scrolls wiener ich habe keine ahnung welche jetzt rum schreit ich hoffe es ist jetzt nichts was mir gefährlich werden kann irgendein ort sondern ihr da an sie gold immer ein portion muss es portion sammeln in portion wenn ich hier kriege muss ich nutzen und portion of healing is this item will come by you geben vermute ich hier sind mindestens noch zwei schlüssel der mann schlüssel und wahrscheinlich der eisenschlüssel ich bitte der hier brauchen wir alle schlüsse die keine ahnung vielleicht gibt es hier auch einen smrack schluss und die brauchen wir ausnahmsweise nicht schauen wir mal ob er leicht martify was auch immer das heißt hier geht es aber nicht weit auch nicht weit wir haben gerade auf dem map gesehen hier ist irgendwo eine geheime tür und hier ist nur 83 auch nicht ja dann noch das hier jede wette dann ist da noch ein schlüssel gleich rechts und dann durch die tür und dann wieder ja gibt mir eure portions ja mehr will ich nicht er hat nicht nichts er hat 40 gold nein und okay hier muss jetzt noch jede wette bitte sei da ein portion drin kein portion muss diese ist ja okay haben wir hier alles erledigt fehlt uns nur noch der bereit dahin zu kommen muss ich den südöstlichsten durch die ratten da den weg dieses schreie was mit den allen mann geben die alle erfahrungspunkte auch wenn es fast gar nichts ist ist eigentlich ein paar mal hier nur durchlaufen und auf die ratten einschlagen dann gehen wir hier noch durch und sind wir im richtigen hier sind wir richtig wieder zombies so 70 gold so dann müssten wir einmal hier im süden alles erkunden können und im osten würde ich sagen die gehen wir zuerst richtig durch den raum da hinten waren wir schon noch nie mal ruhe die liegen jetzt wollte aber sonst nicht da kann man wieder schwimmen super wo soll ich da hinschwimmen durch jetzt mal aber keine ahnung wo das sind außer dass meine ausdauer und stelle jetzt bin ich hier ein boot gäbe und wieder ratten irgendwo sind hier ratten jetzt machen wir hier einen kleinen zwischenhalt und hoch hier hatte was nichts nur ein toter und nichts ich glaube das hat sich hier schon sinn dass man hier stimmen muss und auch interessant dass hier über so zwischen jetzt auch zum beispiel ach nein Ja, der lebt ja immer noch. Es kommt aber irgendwas. Was kommt denn das? Nein, nicht im Papel. Irgendwo. Ah, da ist eine Inscription hier auf der... ... auf der Maske-Caked-Stone Theodoros. Theodoros, äh... Keine Ahnung, was sie damit anfangen soll. Aber hier ist nichts... ... vielleicht davon. Irgendwie. Knüft wird. Nichts. Nein, nicht davon. Hilft wird. Auch nichts? Okay, der Weg war, glaube ich, um... ... ich habe hier nichts gefunden. Außer Schmerz... ... und eine Statue mit dem Namen Theodoros. Na, wenn nicht wer weiß. Vielleicht bringt es mir doch noch was. Keine Ahnung. Können wir hier schon hin? Nein, das ist zu früh. Eins weiter. Nehmen wir mal einen Schluck hinten. Oh, Scamina müssen wir gleich aufladen. Und... ... ab jetzt gleich können wir rechts. Ne, anscheinend nicht. Aber wir machen nochmal Scamina voll. So. Jetzt rechts rein. So. So. ja dann heißt es den ganzen weg wieder hoch und wir können hier einmal hinko jetzt ist da noch was irgendwas muss sein genau hier ist noch was offen das hier ist irgendwas irgendwas muss hier genau gedacht ohne das was wir jetzt hier gefunden haben ey wie wir aufgeschmissen gewinnen gut dass wir hier noch hingegangen sind der wahnsinn was hier nicht hin bitte nicht wieder zombies ja ich höre euch jetzt nochmal kurz wieder heilen gleich haben wir eine aus tun her kleines arschloch dieses das nervt so man hört die gegner gar nicht mehr ankommen da kommen sie auch schon zu zweit wir haben nichts wenn man 34 gold gefunden also einen kleinen tost ok hier ist ein raum wo wir nicht hin können außer vielleicht wenn wir uns passwall holen dann könnten wir da eventuell hin ist da kein zombie zombie die sind da drinne da können wir nicht hin next zombie die link hinter mir einer noch ein schlüssel amethyst key bei amethyst schlüssel ok bei amethyst schlüssel dann müssen wir hier noch genau geradeaus duken die tür gut hier ist keiner ganzhaft jetzt wie soll ich jetzt da hinkommen in den zwischenraum oder nochmal hier so durch und da ein blister und wird soweit ich will außer 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 den habe ich noch nicht erkommen das heißt ich muss jetzt irgendwie wieder zurückfinden wo ist denn wo ist denn wo ist denn ach hier rechts und da wo ist denn wo ist denn wo ist denn gerade wo ist denn gerade wo ist denn gerade wir können aber auch hier schon mal versuchen wie weit wir da reinkommen wo ist denn Achtend. mal diese roten so ein stück nördlich versuchen wir mal der schlüssel der mir noch fehlt der eisenschlüssel vermute ich hier muss ich jetzt noch mal komplett zurück hier den grünen ganz rechts genau wir sind hier heißt ich müsste ihn dann ein nee jetzt verstehe ich das hier das sind die sieben treppen die unten sind und irgendwo hier drunter ist ja irgendwo fehlt mir noch ein schlüssel wie sie sagen ich schaue mal nach wo ich empfinde dann sehe ich mache hier einen kleinen cut und dann sehen wir uns gleich wieder da bin ich wieder also ich meine ich habe ich hier jetzt irgendwo den eisen muss hier irgendwo auf einer erhöhten ebene sein warte mal wo sind hier könnte der sein oder ich war hier südwestlich also musst du da oder da sein so gehen wir da mal noch mal hin die haben dann können wir wieder runter wollen den schlüssel haben wir ja also ein schlüssel ist jetzt mal die gold ab braucht man nicht auch mal wieder 182 wollten immer mit in waschen ob hat man schon mal muss dann recht hier und nicht du sei mal leise und der hat wieder nichts da haben wir ihn Iron Key jetzt haben wir sechs Schlüssel und neun Chubs du bleib weg von das ist nothing usable so Bracers, Playtime, können wir nicht mitnehmen aber die Bracers ein bisschen Eisenschlüssel haben wir übersehen dann haben wir jetzt sechs Schlüssel hier im Inventar ja ja soo mich auch jetzt runter in den Keller ich hoffe du hast einen Potion keiner hier Potion gegen das verheilen na ich würde sagen vielleicht vorsichtshalb nochmal ein State Game machen die zwei wie viel haben wir jetzt 3 Millionen und 31.259 da kommt wieder ein neuer Level ab you open door with an Iron Key weiß das er hat ja dieses Gedöne jetzt wer hier scheint auch voll zu sein die könnten wir rein theoretisch so wieder runter das braucht einen Schlüssel ich gehe auch noch weiter richtig ich glaube ich weiß schon was wir gleich brauchen diamantschlüssel diamantschlüssel fehlt uns dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder soo ich weiß jetzt wo ich denn diamantschlüssel kann das heißt wir müssen das hier alles nochmal wieder und das wird jetzt weg und Richtung die Ratten noch irgendwo einander ich würde sagen wir versuchen mal in den Pöttlichsten und dann schauen wir mal hier nach dass der genau der muss hier irgendwo in dem bereich immer dieser schrei als ich ich hoffe aber wenn wir den haben brauchen wir ja das ist die falsche die klappe halten das ist ein portion weg ich muss ehrlich sagen ich vermisse das von skyrim hier du trägst zu viel und kannst dich trennen, ich vermisse das hier muss ein Da drinnen muss er sein. Ich muss eben noch heilen. Wenn wir nicht mehr viel haben. Ah. Da haben wir es. Oder? Haben wir das? Haben wir das? Wie kommt es, dass ich den übersehen habe? Ne, gleich drei Stück von denen wie... Ich meine, das wird aber auch nicht wieder. Hier muss dann der Diamant. Ah, ab jetzt. Einen Helm. Meißen können. Ja, schmeißen wir das weg. Ja, schmeißen wir das weg. Und... Wo ist der nächste Reaktist? Oder der Ausbruch eigentlich? Geht doch einfach mal drauf. Und schnell heilen. Geht doch. Ja, bitte bleibt da hängen. Dann hier. Links und dann wieder links. Nein, weg von mir. Weg von mir. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Wo bin ich jetzt? Nee, falsch abgebogen. Da muss ich abgehen. Komm. Jetzt hin. Und alle drauf. Alle Ratten. Den haben wir erledigt. Den haben wir erledigt. Und... Diamond Key. Vier Schlüssel. Dann haben wir den jetzt. Und... Was kommt jetzt? Zweimal amethyst müssen. Muss das jetzt nicht zweimal amethyst sein? Oder kommt da jetzt noch was, wo ich dann einmal hier rum muss? Oder hier rum? Aber ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und... Ciao. Ciao. Ich bin's, euer Max Deus. 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 Aber ich bin's, euer Max Deus.